Am 21. Dezember findet die Wintersonnenwende statt. Mit diesem Wendepunkt beginnt kalendarisch und astronomisch der Winter. Und das bedeutet, dass wir den kürzesten Tag und die längste Nacht haben. Um diesen Wendepunkt einen Sonnenaufgang zu erleben, ja, das zählt wohl zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wir haben dieses Erlebnis verbunden mit einer Wanderung. Nämlich vom Gaberl zum alten Almhaus und dann jetzt her zur steinernen Wirz. Ein Platzl in die Sternstunden im Advent. Und jetzt genieße ich meinen Kaffee und meine Jause.